hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal so heute gibt es wieder ein mascaratest wie ihr sehen könnt und wir fangen mal sofort an ich zeige euch mal eben was ich auf den augen habe diesen dicken bär habe ich heute auf den augen und das ist einmal die farbe die für die lidfalte genommen habe dann hinten raus dieses schöne pink und dann hier vorne dieses helle etwas schon ins goldene rein das halt vorne zum highlighten ja das war der bär und ich finde ihn ja so süß aber wir kommen ja heute zu mascara aber ich wollte euch eben näher bringen was ich so auf den augen habe ja ja wir sind wieder dabei drei mascaren zu testen und ich fange heute mit der ersten mascara an das ist eine mascara von essence ich hatte etwas näher für euch dran und ich hole natürlich mein schlaues büchlein dabei damit ich euch sagen kann was ich damit ja auf was ist damit auf sich hat so jetzt also das ist die essence maximum definition volume mascara 2,75 kostet die und die bekommt ihr überall eigentlich da wo es auch essenstheken gibt die hat eine kunststoffbürste ist verlängert und volumen verstärkend augenärztlich getestet und ja schwarz genau schwarz genau es wird dieses mal auch wieder eine verlosung geben in diesem video war das werde ich euch natürlich auch erst am ende zeigen damit wir hier in ruhe erstmal unsere mascara testen können und ja ich hole euch näher ran wie immer mein spiegel und dann schauen wir mal wie die so aussieht also ich finde auf jeden fall das packaging schon eigentlich sehr schön in diesem orange und dann schauen wir mal was die so kann also ich bin heute ein bisschen eskaliert mit den augenfarben schon wieder aber eine schöne bürste das war ein kunststoff bürschen genau entschuldigt bitte meine hand aber ich habe heute sachen eingepackt mit dem edding das kunststoff bürschen sieht echt schön aus unten sind die breit oben werden sie schmaler die härtchen einfach mal drauf und schauen wir mal wie die so ist oder das erste gefühl ist schon mal richtig gut wird sich richtig toll an auf den wimpern also man hört es richtig knistern wenn man die wimpern tust also wenn man wie man ja wie soll ich das erklärt wenn du da durch gehst dann hörst du es richtig so zur erste schicht und die ist auch schon mal sehr schön für was was 275 kannst du wieder nicht mehr kann also essens muss ich echt sagen hat echt gute wimperntuschen da ich bis jetzt keine wimperntusche gehabt wo ich sage nie das geht gar nicht und am besten finde ich immer noch mitunter diese prints princess edition wo es ja mehrere von gibt und die sind ja echt toll die sind echt toll da findet man auch immer glaube ich auch seine perfekte mascara bei diesen princess mascara auch wasserfest ich nehme nicht so gerne wasserfest weil ich halt auch so eine empfindliche haut habe unter den augen und ich muss dann einfach zu viel rubbeln und dann tut mir das zu weh und deswegen keine wasserfeste weil wenn ich schwimmen gehe packe ich eh keine mascara drauf und da schmink ich mich überhaupt nicht weil ich bin da so ein eine märjungfrau quasi ich bin immer mit dem kopf unter wasser da wird sich nie das obwohl jetzt bin ich das auch nicht mehr so weil ich habe krieg irgendwie immer im alter kriegt man immer wehwehchen da kriege ich mir ohrenschmerzen ich weiß auch nicht aber sonst bin ich eigentlich immer auch als kind und so was immer unter wasser gewesen immer tauchen 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 deswegen lohnt sich make up bei mir überhaupt nicht wenn ich schwimmen gehe und weiß ich nicht ich sehe ich persönlich das muss ja immer jeder selber für sich handhaben sie auch keinen sinn da drin auch wenn man wasserfestes make up hat aber danach kannst du trotzdem mal aussehen wie ein panda oder so man weiß es ja nie und dafür gehe ich auch zu gerne ins wasser wenn wir schwimmen gehen schicht 2 fertig und da ist mir das nie da bleibe ich lieber ungeschminkt da ist mir das auch egal bei 40 grad plus wie ich dann umgeschminkt aussehen dritte schicht also ich finde ja sie macht jetzt keine war 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 wum wimpern also maximum definition würde ich jetzt sagen ja man weiß es nicht nicht war war wum wimpern also da habe ich schon andere mascaren gehabt aber schöne wimpern noch was trotzdem schön also finde ich das ist echt schön also eine schöne mascara wo sich auf jeden fall lohnt für 2 euro 75 zu kaufen jetzt machen wir noch ein bisschen hier vorne und haben wir da auch die dritte schicht weil ich noch ein bisschen hier so hier so da so so dann haben wir die dritte schicht da drauf und ich würde sagen diese essens mascara hat schon mal bestanden ich schiebe ich weg ja ich würde sagen die ist super ja auf jeden fall ich finde so gut macht schöne wimpern macht jetzt kein war 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 wum aber da kannst du schön mit arbeiten und ich finde die also super ich werde die auch weiter benutzen und ja meine lieben da draußen wir sehen uns dann morgen wieder zu tag 2 da werde ich euch schon mal in die kamera halten welche wir da haben und da bin ich echt mal gespannt weil das ist naturkosmetik von alverde von alverde habe ich die maximize volume lashes naturkosmetik mascara ich bin sehr gespannt wie die abschneidet morgen und ja wir sehen uns auf jeden fall dann wieder nach also bis dann hallo meine lieben da bin ich wieder heute ist tag 2 des mascara tests und ich habe es ja euch gestern schon gezeigt heute haben wir die von alverde da bin ich echt mal gespannt ich habe noch nie eine naturkosmetik mascara benutzt und schauen wir mal wie die von alverde ist alverde hat schon hat ein paar und ich habe mir dann diese ausgesucht mal ja maximum volume lashes ja wir schauen mal also die habe ich bei dm gekauft die alverde ist ja eigenmarke von dm naturkosmetik und deswegen ja genau 3 75 kostet die hat eine gummibürste und soll optimales volumen und dichte bringen und ja ist ohne mikroplastik das ist ja schon mal sehr gut und ja dann schauen wir einfach mal was diese mascara so kann ich komme ein bisschen mehr und ruhe euch natürlich auch näher ran ist man immer ein spiegel hier ja dann schauen wir mal also auf die augen auf die augen genau auf den augen habe ich heute gemacht von essence die daily dose of energy eyeshadow palette die habe ich einfach mal wirklich rausgezogen und da habe ich dann erst mal zum setten dieses genommen dann für in die lid falte das hier unten die farbe die haben leider keine namen dann für zum abdunkeln hier hinten das ist kein schwarz es ist so tiefes ganz tiefes lila vorne dann habe ich dieses genommen und dann halt zum highlighten die highlighter palette von vegas für innen innenwinkel und halt auf die wangen nase und mundpartine ja jetzt kommen wir aber zur mascara also ein gummi bürstchen ich packe sich schon mal was hat ein schönes gummi bürstchen hat man eben mal nee von der von der länge her von den von den gummi bürstchen dingern da sind die gleich was die so kann mein spiegel und auf die plätze werden los sie gibt jetzt nicht so viel farbe ab jetzt beim ersten mal aber dann schauen wir mal wie sie aussieht ja wenn drei schichten draußen ich bin da eher ich gehe da eher an so naturkosmetik an der theke muss ich echt sagen immer eigentlich daran vorbei ja es ist schön die zenten das ist nicht kaputt jetzt trotz volume lässt schiss aber ich finde so eigentlich bis jetzt ganz schlecht also wie gesagt ich gehe da eigentlich immer dran vorbei weil eigentlich bei diesen naturkosmetik das ist ja einmal hier all werde von dm oder altera von osmann ja eigentlich nicht so in den theken ist was mich so catcht also besonders nicht die die lidschatten paletten das ist so gar nicht meine abteilung das ist mir einfach zu langweilig weil die meistens so nude töne immer nur haben und das ist wirklich nicht so meins das mag ich mich nie und du hast du eigentlich auch in jeder palette drinnen so ist es nicht aber ja erster lag erste lage warum sag ich eigentlich mal erste lage ja schauen wir mal was die zweite schicht so kann habt ihr es auch immer so dass ein auge euch mehr gefällt wie es andere bei mir ist es das hier dass man immer mehr gefällt weil ich da anders tusche mit der hand und bei der spitzenabteilung komme ich da immer halt gut in den innenwinkel rein ja jetzt jetzt wird es langsam was es wird es wird es wird es wird ich finde einfach auch auch wenn es naturkosmetik ist können die aber trotzdem mal so ein bisschen mehr kaum auch ja an lidschatten paletten rausbringen das ist mir irgendwie alles irgendwie zu gut ich weiß nicht ob das nicht funktioniert farbtechnisch her mit naturkosmetik aber also für mich könnte da definitiv mehr farbe sein aber die mascara ich finde ich gar nicht schlecht da haben sie noch andere gehabt da muss ich da mal gucken auch von altera mal gucken wie ja ich so sind ich habe bis jetzt eine mascara gehabt die überhaupt gar nicht meins war das war die von cien von der eigenmarke von lidl das war nix also für mich war das nix die habe ich nicht gemocht die habe ich ja auch schon weitergegeben und jetzt ist jetzt die einzige wo ich sage nie als die muss die jetzt nicht noch mal kaufen aber die hier also für naturkosmetik finde ich die richtig gut doch die macht schöne wimpern das bürstchen ist schön lässt sich gut handhaben also ich kann da jetzt nichts schlechtes drüber sagen wir sind fertig acht milliliter sind drin und wir haben jetzt drei schichten und kommen also ich finde die macht schöne wimpern ja ich packe euch mal wieder weiter weg also ein fazit ist kann man kaufen von ja also schon schlechtere wimpern kann man auf jeden fall kaufen von alverde und die war jetzt vom preis das hatte ich gesagt 3 75 genau finde ich vom preis leistung her auch sehr gut und die kann man echt wenn man naturkosmetik mag oder auch mal auf naturkosmetik zurückgreifen möchte kann man sich die ruhig mal kaufen warum eigentlich nicht ja also das war tag zwei an tag drei erwartet euch ich muss mal eben drauf gucken von genau wie weil die lube vor es da ich meine das war eine limited edition gewesen die ich jetzt geholt habe davon ja die kommt dann an tag drei ich bin mal gespannt was ich so kann ich mache das schon mal dass ich schon mal da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein da gehen wir morgen drauf ein und meine lieben dann sage ich mal bis morgen und lieben so da bin ich wieder heute ist tag drei von dem ja von meinem mascaratest und wir haben ja heute die ich muss noch mal eben mein schloss genau von rival de lube die goldene hier das ist die starry sky mascara ich glaube das war eine lea limited edition und da habe ich glaube ich nämlich die letzte von bekommen und ja 1 euro 99 bei rossmann ja diese mascara sorgt für einen falschen wimperneffekt dichte umschwungene wimpern umholt von tiefschwarzer farbe da bin ich immer gespannt ja was es zu gewinnen gibt sage ich ja gleich das ist ja diesmal wieder ein video mit einer verlosung und da kommen wir aber dann am ende zu jetzt machen wir erst mal die ich komme der ich komme näher und natürlich dann schauen wir mal wie die dritte mascara im bundes so ist schauen wir mal schauen wir mal da steht genau dasselbe drauf was ich gerade vorgelesen habe und das ist ein gummibürstchen das ist auch interessanter das ist auf jeden fall hier oben ganz ganz minimale borsten ganz minimale borsten sieht man überhaupt gar nicht hallo bist du scharf oder nicht doch und unten sind dann halt etwas größere borsten so sieht man das ich werde auf jeden fall erst mal mit diesen größeren borsten anfangen ich denke das macht am meisten sinn ach ja heute habe ich sage ich euch ja immer was ich drauf habe auch wartet mal eben die schmetterling revolution palette habe ich heute drauf ja da habe ich heute die farben hier genommen wartet mal eben immer im spiegel genau die farbe habe ich erst mal zum setten genommen ganz klar diese helle farbe dann habe ich mir diese goldene farbe hier ins augen genau in die lidfalte meine güte in die lidfalte gesetzt dann habe ich hier das rote genommen das glitzernde für außen und für vorne aber da wollte mir das irgendwie nicht so richtig abdecken aber ich weiß nicht warum vielleicht weil meine augenlider etwas trocken sind hier vorne das goldene das habe ich dann auch noch genommen zum highlight jetzt haben wir es meine güte kommen wir da zurück ich nehme jetzt das lange stück und dann die bin meine haare hier weg machen die brauchen wir nicht auch schwarz werden so na bist du wohl also so für das erste auftragen bin ich dir jetzt super als das letzte mal wo ich beim rossmann war hatten sie davon noch noch zwei stück hier war wohl jetzt nicht so angesagt die mascara aber ich finde die macht schöne wimpern und schön auseinander ja erste schicht gefällt mir schon mal sehr gut ja und ich glaube die wahl nämlich noch also normalerweise kostet die 1,99 habe ich ja gerade gesagt aber ich meine die war noch ein bisschen mehr runter gesetzt im moment haben sie da immer viel viel runter gesetzte sachen beim rossmann beim bei der kosmetiker oder schlage ich oft zu also da sind die mascaren immer so wahnsinnig runter gesetzt und die make ups und das passt mir immer ja ganz gut weil ich ja da am liebsten alle testen will aber es sind natürlich auch einige ausverkauf nur da muss man dann halt gucken ob man noch eine davon bekommt so ich fange jetzt mit schicht nummer zwei an ich nehme mal die seite mit den längsten borsten weil ich finde einfach glaube ich obwohl die kurze nämlich gleich mal bei der dritten schicht wie das so ist aber ich finde jetzt einfach mit den langen borsten macht die echt schöne wimpern sagt mir doch mal in den kommentaren ob ihr auch eure wimpern unten schminkt ich habe eh nur so stummel wimpern und ich kann mich irgendwie mit diesem mit diesen wimpern schminken und nicht an freunden ich denke mal wenn ich damit raus gehe dass die leute gucken wie das ist irgendwie so weiß ich nicht ich mache das immer schon oben früher als ich in der pubertät war immer blauen lidschatten genommen immer blauen lidschatten weil ich dachte blauer lidschatten passt blaue wimpern dusche passt zu deinem blauen augen passt nicht so aber das war neunziger aber wie in den 80ern ein bisschen bekloppt also ich finde jetzt ich habe jetzt die kurze seite genau die schön und die gefällt wenn sie ja gar nicht entscheiden welche maskare tragen sollen fertig drei schichten halböchen mädels jungs ja genau hau dir sein mir auch noch die wimperntusche in die haare geschmiert läuft das läuft wie geschnitten brot also meine lieben ich würde sagen die geht klar also ich finde die super toll da kann ich mich gar nicht ehrlich gesagt entscheiden welche ich ja bei diesem test auf platz 1 2 und 3 machen weil ich muss ja echt auch sagen dass die von alverde auch super war naturskosmetik aber ich glaube ich würde die jetzt doch auf platz einsetzen die goldene hier von rival de loup und wirklich auf platz 2 die von alverde also die super ich hatte aber wirklich dieses mal alle drei die klasse waren auch von essence die maximum definition mache ich auch noch mal auf auch mit dem gummibürstchen also diese die sind alle ganz 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 knapp also ich fand sie alle drei diesmal wirklich sehr sehr gute mascaren die man empfehlen kann die vom preis her super sind die war ja 275 von essence dann hatte ich die ja jetzt für 1,99 das war jetzt die günstigste und ja halt die etwas teurere war von alverde für 3 euro 75 aber da kannst du jetzt für eine mascara auch nicht sagen ja also kommen wir zum ja zur verlosung meine lieben zur verlosung ich gehe mal ein stückchen weiter zurück zur verlosung diesmal habe ich ja ein mehrteiliges set für euch wo ihr dann natürlich eure wimpern tuschen lippenstifte und so weiter reinpacken könnt wenn es mal wieder auf reisen gehen sollte und ich hoffe das ist ja irgendwann man so aber man glaubt braucht ja auch vielleicht mal solche taschen wenn man irgendwo ja übernachtet sei es im krankenhaus oder wie auch immer auf jeden fall sollte man sowas immer zu hause haben deswegen verlose ich diesmal ein kosmetik taschen set ja ein kosmetik taschen set genau das ist dreiteilig ein großzügiges hopfer alle taschen haben einen hochwertigen reißverschluss steht drauf das ist ja schon mal gut das ist einmal die große tasche das ist diese hier in schwarz die ist dann auch noch so durchsichtig ich lasse das jetzt einfach mal auch da dran das seht ihr ja hier auf den links auf dem bild im dings bild dann haben wir eine mittlere tasche das ist ja so weiß aber ohne halt so ein fenster und dann hat so eine kleine tasche ja also hier steht ihr zum beispiel als kultur beutel verwendbar zwecks zahnbürste zahnpasta etc dann die mittlere für schminkutensilien finde ich auch sehr gut und die tasche für kosmetik oder halt tabletten und sowas alle was man auch mitnehmen und ich zeige euch die mal jetzt von der anderen seite da könnt ihr das auch sehen die schwarz weiß und graue wie das halt von der größe halt so ist und dazu gibt es halt noch ein gäste handtuch in dieser farbe grün ein gäste handtuch was ich euch mit dabei gebe ich finde das kann man dann auch gut gebrauchen und direkt mitnehmen das stecken meine lieben so sieht das dann aus und das könnt ihr in diesem video gewinnen lassen wir einfach einen netten kommentar unten da mit dem hashtag kosmetik tasche und schon seid ihr natürlich im lostopf drin und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir doch einen daumen nach oben da ich würde mich freuen wenn mich abonnieren würde dann ja auf dem laufendem ans nächste wimperntuschen video kommt weil ich habe noch so einige zum testen und ja dann bedanke ich mich fürs zusehen würde mich freuen wenn ich das nächste mal wieder dabei seid und ja lasst es euch gut gehen bleibt gesund werdet so meine lieben und ich wünsche euch nur das aller allerbeste bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal